Ich hoffe dass ich hier richtig ausgesprochen Goldie bist du das ist das jetzt der Metal track oder was was ist ich bin komplett fazit Anyway, here we go. Das hört sich an wie ein Metal-Track. Ey, safe. Das hört sich an wie eine... Das hört sich wirklich an wie eine Hook aus einem Metal-Koch-Song. Okay, ihr schafft es immer und immer wieder, mich zu überraschen. Das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht, dass das jetzt kommt. Noch nie was von den beiden gehört. Wirklich noch nie. Yes, 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 yes. Ich lieb's. Ich lieb's. Yo. Bro, das sind 2,58. Wahrscheinlich Hardcore ist... Ich komm einfach nicht drauf, klar. Das hört sich an wie ein Metal-Koch-Song. Das hört sich an wie ein Metal-Koch-Song. Cause everybody'd rather judge than hell I can't make you pray for me now Yes, man! Okay, ich hab... Warte, 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 beziehungsweise Lieber Zuschauer, ich hab jetzt gerade eben gedacht Selbst wenn's da bleibt, wird ble... Was? 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 Oh! Ich wollte gerade eben sagen, selbst wenn es dabei geblieben wäre, wäre das Epic Est hier für mich. Aber was? Ich komme da drauf, klar. Ey, hier habt ihr wirklich was unlockt hier. Neuer Künstler unlockt für mich. Holy. Wow. Das sind das Beste aus zwei Welten. Oh mein Gott. Holy Moly. Ohne Witz. Das ist das Beste aus zwei Welten. Das ist eigentlich basically das, was ich mit dem Channel schon immer machen wollte. Die beiden Genres zusammenbringen irgendwie, beziehungsweise die Communities. Oh, Alter. Goalie, wirklich. Das ist ein crazy Vorschlag. Wirklich. Das war ein... Ich bin wirklich blown away. Das ist genau mein Chat. Ich liebe das. Ich liebe das. Du hast direkt, direkt, direkt die Ader zu meinem Herzen getroffen. Ich liebe das. Boah, ich genieße einfach nur. Du merkst das. Ich halte mich jetzt bei Direction einfach zurück, weil ich einfach nur genieße. Aber auch so dieser Struggle. Ich lese ja mit. Das ist ein cooles Video. Voll reduziert. Eigentlich mega minimalistisch. Aber Annie braucht einfach nicht mehr. Es bombt mich einfach weg. Es bombt mich einfach weg. Ehrlich gesagt. Wirklich. Ich bin wirklich. Rätige. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Ich bin glücklich. Ich bin wirklich durchweg glücklich. Die Mucke ist geil. Dass es die Heavy Parts im Chorus hat. Richtig fett. Ich weiß noch nicht mehr, wer wer ist. Ist er jetzt Echo? Ist er Nate Rickards? I don't know. Aber das ist so stark. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Was raus? Das ist wie so eine Welle, die einen so wirklich runterzieht. Aber im positiven Sinne, weißt du, so powermäßig, overpowered, crazy. Der Rapper ist Echo. Okay. Oh, was für ein krasser Track. Wirklich komplett weggebombt. Wow. Der war wirklich stark. Ey, krass. Vielen lieben Dank. Ey, das waren wirklich safe. Geile, geile Channel Points. Danke, danke, danke. Mwah.